hallo und herzlich willkommen zurück zu ich soll einen raben senden immer hier raus und reparieren meine gebäude vielleicht ist das eine gute idee ich habe jetzt einen raben auf der schulter muss ich den wohl zuerst senden oder hauptbasis meiner verbraucht täglich 10 da fliegt er ich hoffe er hat erfolgt das ist ganz okay du noch kurz da fertig was war noch kaputt gegangen vielleicht da ist nichts kaputt gegangen hier ist was kaputt sonst noch was ist jetzt nicht alles angucken gebäude entfernen das wurde wohl wahrscheinlich nicht angegriffen das ding ist schon wieder kaputt aber warum wurde das angegriffen der verhalten zum reparieren ich drücke man kann das auch nicht funktionieren ist nicht kaputt ist nicht kaputt so war hier aber da wir hier noch ausbauen müssen und mit wasser dürfen sie die ankommenden zwerge wo genau da habe ich aber ziemlich weit raus gesucht man generell warum ich so mal ran ok das ist wieder oben am turm sieht man die schon von hier aus wo ist mein meg mich ja ich bin nicht hier nicht abgestellt ich kann ja so machen rot grün blau so was hat das sonnensymbol da oben zu zu sagen regnet jetzt hier das auch noch da kommen sie ja und da bin ich so war ja moinsen da kommen sie ok wo gehen die jetzt hin und dann weiter die basis rund um ja kommt es mit weiter die basis rund um ein dorf das hier runter hier geht's runter kommen die die schnellsten seid ihr aber auch nicht finde den richtigen ort was bedeutet dann erweitere die basis was gibt es denn zu erweitern brunnen habe ich heute habe ich okay ressourcen habe ich verteidigung was hat man denn da noch alles anzubieten haben wachtturm er sieht die gefahr aber was brauche ich denn dafür kann man ja ruhig mal irgendwo hinstellen und wir platz haben irgendwo haben wachtturm passt daran da passt aber okay reicht nicht so ne der rahmen wachtturm ist gebaut gibt es noch ein bruch habe ich das war eine kampfmusik was zum wo kommen sie denn her da kommen noch mehr glaube ich muss die basis besser schützen der rade ist kein wachtturm hätte denn gedacht dass die von hier kommen sagt die gang was von dem spannenden spiel da wir sind denn da lasst das in ruhe okay alles wieder im grünen bereich man so das bedeutet hier muss eine mauer hin wie es wieder gerade gerückt wird auch schön gefällt mir okay das ist kaputt mach es halt ganz kannst du da nicht rein wenn es kaputt ist kannst du da überhaupt rein ist das hier oben ist noch irgendwo so eine auch einer davor kann ich damit reden erst mal ganz die reden und ich nicht ehren willst du bären was machst du hier wühlt im dreck super versucht die tür aufzumachen okay ist fertig das ist noch kaputt ich glaube da sind wir durch okay wieder mich und dann bauen die kommen hier runter können die hier runter hüpfen was ist das hier eigentlich aktivieren aktiver erneuerungspunkt ein erneuerungspunkt finde den richtigen ort äh ja gute frage finde den richtigen ort mir wird hier aber nichts angezeigt okay gut weitere die basis um eine werkstatt ach ach weiter die basis um eine werkstatt äh werkstatt wo könnte die denn sein warte mal das ist hier hauptbasis an der brunnen an der leitung kolonisten haus und habe ich ressourcen sägewerk ein stein mine habe ich hier eine werkstatt mit drin ballon turm mörserturm gibt keine werkstatt finde den richtigen ort hinten leuchtet was das mal wieder total vergessen das ist am zu hier rum leuchtet jetzt leuchtet sie aber nicht mehr warum nicht was war doch hier irgendwo jetzt leuchtet nix mehr jetzt leuchtet es da hinten warte mal was leuchtet denn hier ist der rahm turm okay gut weiter die basis um eine werkstatt warte mal wenn ich hier dran wird machen beide entfernen ich habe keine werkstatt dann erweitern wir die basis jetzt um palisaden und zwar hier in der engsten stelle ja da kam ein stück weiter noch da nicht so dann nehme ich dich nochmal raus und hier kommt nochmal eine tür hin verschwinden Ach, Mensch. Nee. Da sollte er hin. So, Strom ist dran. Das ist aber irgendwie auch ein bisschen klein. So, von oben kann nix mehr kommen. Von hier hinten, ja, könnte noch was kommen. Und da könnte noch was kommen. Ja, da sollten wir mal schleunen Lichts bauen. Okay. Hm. Ja, gute Frage. Wie? Dann nehmen wir einen wieder raus. Hier so. Und. Tür hin. Okay. Tetsu. okay hier ist dicht hier ist soweit dicht weil hier kommt man nicht durch nicht mit springen hier dran machen gebäude entfernen okay da ist dicht ist die frage machen wir hier noch dicht besser ist das wohl hier jemand hochkommen theoretisch nicht wenn die von hier kommen ein plan erst mal hier weiter so ok wir sind ja hier im abwehrturmbereich na komm schon so flackern nicht so rum ja gute frage macht man was geht nicht komme ich hier durch ja das ist kacke für mich doch auch durch hätte ich das damit hinein machen sollen vielleicht guck mal eben ob ich hier irgendwas machen kann eine rund um stein kannst du halt keine abwehr sachen bauen das bringt ja nix wenn die dann da durch können so hier hier ist gut glaube ich es ist auch nicht wie macht man sowas da kann ich ja nicht drauf bauen die können ja hier vorbei laufen so ganz locker wie macht man dann hier zu hier kommt ein abwehrturm hin so endgelände und zwar was bräuchte dafür der auf nahe fernfeinde schießt abendturm hier ballon turm der auf nahe feinde schießt da kommst du halt mal dahin jetzt verbunden schon direkt jetzt ist es aber verbunden glaube ich der schießt auf nahe feinde so war und hier wie soll ich das machen weitere die basis um eine werkstatt nie nicht gebäude entfernen werkstatt dann komme ich an eine werkstatt euch da eisen für vielleicht wird nicht erklärt gibt es eine eisenmine irgendwo ist das hier von zeugs durch das abbauen ist auch kein eisen ok ja auf der karte wo bin ich denn jetzt hier mittig normalerweise ist doch das dreieck wo ich bin oder da bin ich warum wird mir das hier angezeigt ist am mächtingsbums muss ich da vielleicht hin halt bieren mitnehmen soll hier hingehen ach ich habe es rausgefunden ich habe eine werkstatt ja prima ich habe eine werkstatt gebaut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder dahin gehabt euch gut und tschüss tschüss